Ich hoffe, ihr habt gestern Abend mitgeschnitten. Ich hab dich mitgeschnitten, Alan. Legendär war das. Vier Stunden durch. Er hat gestern durchmoderiert in einem Hip-Hop-Zelt. Die ganze Bühne war wieder voll, oder? Unfassbar. Das Scratch war wieder unfassbar. Das Scratch hat explizit nach mir gefragt. Wollt ihr euch ein bisschen wichtig machen zu lassen? Es gab ja auch schon mal die legendäre Phase, wo wir hier so ein kleines Zelt hatten, wo die Bühne wirklich zusammengebrochen ist. Wir mussten dann diesen Tisch halten. Wann war das? Vor drei Jahren? Vor vier Jahren? Keine Ahnung. Irgendwie so. Aber es war legendär. Geh in die Geschichte ein. Wie jedes Jahr.